Hi und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, einfach ganz kurz spielen wir City Skylines. Viel Spaß! Okay, let's go! Ich habe keine Ahnung was ich machen muss, wie ich da überhaupt was bauen muss. Ich habe mich für diese Region hier entschieden. Es gab da sehr viele zum auswählen. Was markieren sie die Straßen in der Welt mit und Ah, Straßen! Ich weiß nicht, oder? Sollen wir hier rüber mal ein bisschen verordnen? Ich fahre hier mal irgendwie noch vor. Dann bauen wir... Digga, verpiss dich! So. So. Da haben wir mal die Straßen miteinander verbunden. Ähm... Und... Jetzt müssen wir... Nein, nichts abbauen. Ah, bisschen kompliziert hier. Okay, hier glaube ich es gefunden zu haben. Okay, hier machen wir mal ein Gebiet. Und... Wie können wir jetzt... Hä? Hä? Können wir jetzt ab jetzt? Digga! Wir nehmen hier jetzt mal, ähm... Okay, das ist laut. Ich baue das jetzt einfach mal... Wie weit nebeneinander kann ich die Scheiße bauen? Bauen wir einfach mal ein paar Dinger hier hin. Für den Strom. Dann haben wir hier hinten mal ein bisschen Strom. Natürlich ein... Wir fahren die vor... Ah doch, die gehen auch. Okay, dann Öl. Scheiße ich jetzt einfach mal drauf. Ah, die Häuser bauen sich von selber. Okay, das finde ich schon mal sympathisch. Dann werden wir uns doch jetzt ums Öl kümmern. Jetzt ist die Frage... Wasser... Ah, Wasser. Ist das alles Wasser? Ah, es ist Wasser. Abwasserrohr. Wasser, Turm. Was... Ich hab keine Ahnung was ich bauen muss. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bauen wir das einfach mal nach hier hinten Digga. So nach... Hier. Und... Das auch. Irgendwie... Ja, ist jetzt noch nicht das... Ist jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei. Okay, dann lassen wir das jetzt mal. Was ist jetzt das? Wasserpumpstation. Kann ich das bauen, wo ich will? Okay. Jetzt müssen wir das hier mit dem hier verbinden. Und das hier mit dem hier. Und das hier mit dem hier. Gibt's jetzt... Ah, mit Strom. Okay. Es wird immer komplexer. Jetzt müssen wir... hier. Hier ist das. Hä? Das geht auch nicht. Ähm... So? Was ist das? Kein Kraftwerk. Nein, ich will sowas eigentlich nicht bauen. Strasse erforderlich. Ja, mein Gott, Digga. Buu, das ist sehr kompliziert, diese Scheiße hier zu bauen. Ein Röhrchen bauen wir jetzt von... Haben die jetzt genug Wasser? Die haben immer noch nicht genug Wasser. Ach, das braucht auch Strom. Ach, Digga. Scheiß drauf, Digga. Also halt wirklich, Digga. Basel. Was? Basel. 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 Bruder. Äh... Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Was ist das? Ich will meine Strasse nach hier hinten führen lassen. Ja, also das ist ein bisschen eine fette Strasse. Äh, und... Ja. Dann... Äh, wo ist das Ding? Hier ist das Ding. Hat jetzt alles genug Strom? Das heißt... Nein, 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 ich will das hier. Aber wie kann ich jetzt den Strom von hier... Hä? Und dann kann ich das hier von... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das Spiel macht ja gar keinen Sinn, Digga. Hä? Hä, wie kann ich jetzt hier wieder rein? Wie kann ich jetzt hier wieder rein? Ach, jetzt bin ich hier noch weiter entfernt. Ja, Digga. Ich habe auch keine Ahnung, Digga. Was ich hier machen muss. Keine Ahnung. So, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr, 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 sehr über Kritik freuen. Und damit würde ich euch sagen. Und... Ciao. Euer... ...Einfach Janosch. Ciao. Ciao.